Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Lebensmittelhändler oder Bäcker. So, Mission Happy Huhn completed. Na ihr? Oh, ist nicht leid. Hektisch werden. Hub auf, Schnee weg, bisschen Sand und Laub drüber und paar Würmer verteilt und kaum sind die Würmer alle, geht ihr alle wieder rein. Ihr seid doch doof. Ich dachte, ihr genießt ein bisschen die Sonne, aber jetzt ist eine große Wolke vor der Sonne. Hm, Elfi? Ihr Süßen? Ja, da geht doch einfach rein. Du bleibst draußen? Ja. Guck mal, jetzt kommt die Sonne wieder. Na, oder auch nicht. Oh Mann. Aber wenn sie wollen, können sie raus. Ich habe natürlich den Fehler gemacht. Ich habe Nudeln reingepackt in den Futternapf und jetzt müssen sie erst meine Nudeln aufessen. So, heute gibt es Lachs mit Spaghetti und alles aus einer Auflaufform. Aus dem Internet abgeguckt quasi. So, Spaghetti, weil ich die lieber mag. Und dann kommt dazu. Ach, Frischkäse. Also in dem Rezept stehen auch Krampengaben, aber ich mache das jetzt mal so frei nach Schnauze. Wie immer. So, Kräuterfrischkäse. 300 Milliliter Sahne, 200 und 100 macht 300. Genau. So, dann brauchen wir noch ein paar Gewürze. Ich habe Lust auf Gewürze. Und zwar, was nehme ich denn? Oh, ich weiß. Spaghetti Gewürze für Besoffene. Das geht immer. Damit kann man nichts falsch machen. Dann brauchen wir 400 Milliliter Wasser. Gemüsebrühe. Gemüsebrühe. Gemüsebrühe gibt es in unserem Haushalt aber nicht. Also jetzt Hühnerbrühe. Weil lasst euch eins gesagt sein, alles schmeckt besser mit Hühnerbrühe. Und Schmorgurken schmecken sogar besser mit Rinderbrühe. Wir haben Spaghetti, Frischkäse, Sahne, Gemüsebrühe. Pfeffer. Und dann kommt das Lachsfilet noch dazu bei 150 Gramm. Zack. 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 Und zack. So. Sieht komisch aus. Soll aber schmecken. Das kommt jetzt in den Ofen für 40 Minuten bei 200 Grad Celsius. Und ich glaube ich schmeiße nachher noch ein bisschen Bibispinat mit rein. Aber das überlege ich mir noch. Mal sehen. Entschuldigung, ich gehe mal weg. So. So. 40 Minuten später sieht das Ganze so aus. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch so geworden ist. Wie vorausgesagt. So. 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 So ein Kind. So. 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 auf jeden fall sehr lecker sieht auch schon mal sehr gut aus aber ich mache jetzt noch ein bisschen spinat und kola ich finde das sieht schon mal sehr gut aus das noch anrichten ich finde das kann sich sehen lassen jetzt muss es nur noch schmecken aber können wir mal den geschmackstest machen lecker schmecker so nächster tag avenger war ja nur zufall dass sie gestern gewonnen hat deswegen ist jetzt fällig so natürlich natürlich der weltmeister fängt an er zuletzt lacht wie macht sie das die hat allein nicht gespielt und haut hier einen nach dem anderen raus eine eins muss man noch bevor es hier ärger gibt muss ich mal den 2019er kalender schon dir kalender das war ein zufall das war immerhin aufgeholt langsam einschrecken langsam einschrecken ja ich darf nicht schon verabschlangen aber ich habe mich gut daran gearbeitet siegt mit entsetzen wir sind zeit dass wir mal wieder eins Das kann er nicht mal sagen. Bin ich so ja vor dir. Oh, diese scheiß Wurzende machen. Die vierten und die fünf. Oh, Truppel sieben. Oh mein, elf vor. So, jetzt bin ich weg. Jetzt kriegst du mich nicht mehr. Oh, Truppel eins, okay. Ja, das Ding ist durch. Kannst eigentlich uffnen. Na, 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 na. Nicht so voreilig. Mit einer Truppel drei, wie witt man denn? Oder einer zwei. Ja. Aber knapp. Aber knapp. Ja. Oh, guck mal. Jetzt haben wir fast gleiche Ausgangspositionen. 32 ist rein. Oh Gott. Nein, zehn. Oh ja. Ja, einen darf ich. Ja, ja. Weil damit muss ich jetzt gewinnen. Aber zwei, komm, eine Doppel-Eins schaffen. Hä? Was? Wieso sind wir jetzt wieder zurück? Wo zurück? Auf 32. Ich hab doch 30 geworden. Hätt' ich doch zwei übrig haben müssen. Ich hab's auf Video. Eigentlich war ich bei zwei. Das ist beschiss. Das ist beschiss. Eigentlich hätt' ich jetzt schon gewonnen. Eigentlich hätt' ich jetzt gewonnen. Er hätt's nochmal werfen müssen, weil der Doppel-Eins. Next Player. Nein, ey. Player Two. Ach, das ist doch beschiss. Jetzt fällt mir, wenn die schon wieder... Triple. Two High. Next Player. Puh. Hauk mal, Scheiße. Ich lass dich auch gewinnen. Ja, genau. Single. Leider nicht mit Absicht. Triple. Oh Gott. Ein Huppisch voll und damit gewinnen ich. Bestimmt internationale Spielregeln. Nicht. Next Player. Verdammt. Aber guck mal, jetzt. Triple, drei, äh, eins. 3 zu 4. 3 zu 4. Lalalalalala. Single. Winner. Woohoo. Next Player. Okay, ich gebe auf, Dartscheibe zu verkaufen. 2 zu 0. Damit jetzt in Tagen 2 zu 0. Sinnlos, keine Chance. Also, herzlichen Glückwunsch, die Gewinnerin der Darts-Weltmeisterschaften in Kanada. Aber du bist der Gewinner der Herzen. Meines Herzens. All right. Mm. 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 Amen.